Ja. Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Schwarzer Rauch. Oh, blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tier ist also ein Svartalfheim. In einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Hier lang? Junge, selbst wenn wir nach... Hier suchen, Walden. Wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagt mir, es bleibt mal Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Und wenn wir nach Svartalfheim gelangen sind, Der Boden sieht hier rissig aus. Der Boden sieht hier rissig aus. Weißt du noch, unser erster Treukampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Es ist nicht mein erstes Mal. Nimm hier, was hast du von Ruthans Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Hm. I love the what new Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ardol! Bruder, ohne Schild kannst du nichts abwehren. Oh! Fast zuhause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn. Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Wenn wir einen Weg finden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden, mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tieren nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Ah! 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 Was ist das? Kratos! Hier drüben! Sindri! So wahr ich hier stehe. Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Äh, ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet... Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht. Und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Nach euch, meine Freunde. Wohin gehen wir?